Ganz schön stressig, diese Schnufelein. Andererseits, wenn ich mir vorstelle, dass wir noch nie mehr... Man sollte niemals nie sagen. Du meinst also wir... Entschuldigung, ich fühle mich ein bisschen beobachtet. Moment. Moment. So. Was das so? Oh, mein Gott. So. So. Hey, Schnüffeln verboten. Ja, aber nur für Eltern.